Achso, das sollte ich ja momentan mal ausblenden. Ach man, ich hasse das mit dem Passwort und allem. Dann darf ich dich mal was fragen. Du hast jetzt so gemacht, dass du bei jedem drei gezählt hast, ne? Ne, zwei. Außer bei dem Bottich. Okay, fand das gut. Bei Bottich muss ich gucken. Interface zählt ja dann auch als Exportbus. Also als Exportbus, ne? Ja. Deswegen hätte er sein können, dass du dich da vertan hast. Und hier brauchen wir ja nur einen Export und oben hier das Interface. Oder das Import, je nachdem wie man es möchte. Interface ist besser, da kann man auf Knopfdruck bestellen. Ja, genau. Zwei Stränge würde reichen, aber das wird eng. Mach lieber vorsichtshalber drei, wenn wir die Schmieden noch anschließen wollen. Ja, ich lass mal drei Stränge dann runterlaufen, drei verschiedene Farben. Dann kannst du dir ausruhen, was du brauchst davon. Was ist, Foto? Gleich noch eine Läufe? Ja, ich nochmal. Ich bin grad hier. Ja, Ivan ist drauf drin. Ich war eine X11. Achso, war anwesendlich. Man hört nur geklimpert. Das war nicht bei mir. Wie er kommt da her, ne? Ich sagte ja eigentlich, man hört bei ihm nur geklimpert, das ist momentan das Problem. Ja, aber starten wir noch nicht bitte. Ja, ich muss eh noch hier roto. Ah, da. Zweimal da. Achso, ich muss ja eh warten bis der online kommt. Eine Lounge aufzumachen ist das geringste Problem. Neuer Champ. Immer zwischendurch neuer Champ, ja. Okay. Aber manchmal sind es auch nur Skins. Naja. Mal den fragen. Boah, da geht uns schon seit ein paar Tagen jetzt ein Mod auf den Sack. Also ein Typ, ne? Mhm. Der sagt immer, bäh, könnte er das nicht umbauen? Könnte er das nicht anders bauen? Ja. Boah, das lag zu viel. Mach mal weg. Ja, ich hasse ihn aber. Er soll froh sein, dass man nicht aus dem PC rauskommt, sonst hätte ich mir schon längst die Schrotkanone vom Mitbewohner geschnappt. Ich hab ne Gasbetriebene Software, das reicht auch. Die Schrot tut aber ein bisschen mehr auf die Fläche. Ich hab zwei Feuchte. Der ist sich einen Meter vor ihm, drückst mal zwei Leitungen rein und dann sagt er nichts mehr. Oh, da kommt die Leitung dann runter, das hab ich schon mal vorbereitet. Ah, die mach ich orange und gelb denk ich mal oder sowas. Ja, ja. Ähm. Weibstoff. Orange und pink oder sowas. Okay, geil. Oder grau. Genau, orange und grau. Neu. Ah! Ah. Dein Burdendrucker hat noch ein Problem. Der kann im Moment gar nicht drucken. Hm. Warum denn? Kein Saft. Man, ich komme hoch. Normalerweise müsstest du den Saft haben. Nee. Ich hasse die Platten von Patrick. Die funktionieren mal, aber funktionieren sie nicht. Welchen meinst du denn, der keinen Saft hat? Der hier. Ja, da fehlt doch der Anschluss von hinten. Die Saft? Genau. Da muss auch noch ein Kabel später kommen. Ja, überall muss von hinten noch so eine Steckdose. Ja, und die mache ich in der anderen Seite. Da ist der Bescheid. Jetzt mache ich ein Brot für Strom. Ich werde mal wieder damit fertig machen spät. Einmal. Und Platz. Aber der ist schon gut dabei. Jetzt drückt er, ja. Beat Upgrades müssen wir noch rein, ne? Ja, schau mal hier vorne. Was soll ich schauen? Jetzt oben ist falsch. Ach, der Computer macht auch seine Sachen. Ich habe mal 10 Stacks von den Delizium bestellt und gleich weitergegeben. Alles gut. Erstmal einen kleinen Vorrat noch haben. Wir werden zwar noch mehr brauchen, wenn wir die Festplatten hier mal auffüllen wollen. Ja, definitiv. Aber es reicht ja momentan erstmal. Noch. Noch reicht's. Noch reicht's, ne? Aber sobald der, die nächste Fläche hier fertig ist, im Endeffekt der nächste Schrank reicht. Passe. Wenn der komplette Schrank hier voll ist, ja, haben wir ausgesorgt. Ja. Hm. Ja? Hä? Du hast nie ihn gesagt. Ja. Ich lese mir gerade ein paar Champions durch. Ah, welchen denn? Wollen wir aber. Der sagt mir nicht so zu. Was? Volibear? Ja. Volibear ist... Ja, der Ivan geht mit dem ab. Der Ivan kann den richtig gut spielen. Okay. Der Voli. Vor allem Rika, äh, Regenistrik geworden. Ja, da, da. Den verliert er mit seiner Ulti Leben. Ja, bei der bin ich gerade noch mit. Die Passive warst du. Die Ult, die, äh, die Ult, die haut halt Blitze raus, die überspringt bis zu sechsmal oder so. Ah ja, stimmt. Und einen konstanten Schaden haben die immer pro Level steigt. Ja, die Passive war das. Also soweit du unter... Wenn du ein bestimmtes Leben fällst, dann... ...heilt der sich automatisch nochmal hoch. Hat aber halt... ...ne lange Abklingzeit, ne? Okay. Was war das? Kann man aber auch gut mit umgehen. Abklingzeitverringerung und sowas. Ah! Hier los, bin ich! Sollen wir dann für das Spiel einen anderen Channel gehen, weil das... ...beschrei geht mich schon ein bisschen ab. Ja. Ja, kann man auch. Dann zieh mich mal, ich baue hier gerade die Platten ab, die dauern so ewig. Ach, die baust du noch eben ab, okay. Sollte auch mitlaufen. Oh, jetzt hab ich den Falschen geschoben. Jetzt hab ich den richtig geschoben. Ich hab erst mal den Ivan mitgeschoben. Sehr sinnvoll. Ja. Ja. Oh, Hammer. Was? Jetzt hat eben die Maus kurz irgendwie gewackelt, obwohl ich die gerade festhalte. Und dann bei 70% hat das Ding wieder abgebrochen. Hm. Ja, das ist mein erster Account. Ja, das ist mein erster Account. Ich kann eine dringend, also ich mach ein bisschen selber hören. Wieso? Ich mach ein bisschen mehr reden. Ich red nochmal schon viel, aber... Ich bin grad am Lesen. Oh. Ja, ich los mir grad hier alles mal. Ich schwöre, das ist der erste Mal, dass ich mir vor dem Spiel die Beschreibung und alles gesamtlichen Scheiß durchlese. Wieso höre ich mich jetzt bei dem doppelt, Alter? Wir können aber auch mal eine 5G5-Map spielen, wenn ihr wollt. Ja, ich bin ein bisschen anders da. Ich muss den mal muten, Alter. Das wollte ich gerade aussagen. Das geht mir ja gerade voll auf den Sack. Vor allem, wenn man das Echo hört, das ist mir mega nervig. Ja, dann mache ich 5G5. Was habe ich da? Okay, brauche ich nicht. Abbrechen, spielen, 5 gegen 5. Wir sind immer noch nicht online. Ich baue ja noch die Platten ab. Ja, aber nahrn schön hinten rein starten. Ne, geht bei meinem PC nicht. Ja, stimmt. Ups, vergessen. Ja, mir ja jetzt egal. Gehe ich noch Wasser lassen und dann... Alles klar. Dann können wir loslegen. Ihr mit euren festen Hetzels. Wieso? Mingo spät aufs Klo. Mute ich aber. Nein, muss ich auch noch pissen. Hört mal nix. Außer wenn ich die Klospülung anmache, dann mute ich mich immer. Okay. Gut zu wissen. Du scheppert's im Karton. Boah, hör auf, Alter. Ne, er rappelt's im Karton. So was. Ja. Ich rappel den Karton. Tom, Tom. Voll der Scheiß. Die Werbung kommt ja fast gar nicht mehr. Ja. Ich glaube, die ist zwei Wochen lang oder so gekommen. Aber kommt ja auch immer drauf an, wie viele die da zahlen, weißt. Motor. Wieso habe ich dich eigentlich nie in meiner Auswahl drin? Dasеня. Alles. Kam. Duешь. Luft Wakende. Die. Da. Vielen Dank.